Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, was eine ERP-Software ist und warum diese so wertvoll sind. Wir sehen uns auch an, welche die besten Anbieter von ERP-Software-Systemen sind. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch noch meinen Kanal zu abonnieren, damit ich euch noch viele weitere Videos bereitstellen kann. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Die Abkürzung ERP steht für Enterprise Resource Planning. In der Vergangenheit nutzen Unternehmen oftmals unterschiedliche IT-Systeme für Buchhaltung, Finanzen oder Personalverwaltung, die häufig nicht miteinander kommunizierten oder funktionierten. Deshalb wurden ERP-Systeme entwickelt, um Unternehmen wirtschaftlicher zu machen. Mit der Software werden Arbeitsschritte vereinfacht und die allgemeine Effizienz gesteigert. Zu diesem Zweck plant, steuert, verwaltet und kontrolliert diese Software das Personal, das benötigte Material, das Inventar, das Verbrauchsmaterial, das Geld. Ein ERP ist eine zentrale Datenbank, das die genannten Punkte zusammenfasst, um diese Daten jederzeit abrufbar und editierbar zu machen. ERP-Systeme sind meist modular aufgebaut. Das bedeutet, dass Betriebe einzelne Software-Module ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen miteinander kombinieren können. Speziell die automatisierten Prozesse sind bei solch einem System sehr, sehr wichtig. Eine ERP-Software kann Waren automatisch nachbestellen, wenn ein zuvor festgelegter Lagerbestand erreicht wurde. Oder erinnert uns an offenen Rechnungen, um uns die Mahnspiesen zu ersparen. Was sind nun die Vorteile einer ERP-Software? Das ist zum einen eine höhere Produktivität, eine gesteigerte Transparenz, schnelleres Reporting, effiziente Prozessabläufe, Kosteinsparungen durch Automatisierungen und auch Reduzierung von Fehlerquellen und Redudanzen. Wie sieht nun der Markt für ERP-Software aus? Die Zeiten, in denen das Angebot an ERP-Systemen auf dem Softwaremarkt noch sehr übersichtlich war, sind längst vorbei. Mittlerweile herrscht auch dort der Verdrängungswettbewerb. Während die Anzahl moderner ERP-Programme für große Betriebe und Konzerne noch relativ überschaubar ist, wird es in Bezug auf das Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen schon wesentlich schwieriger, den Überblick zu behalten. Welche sind nun die besten ERP-Hersteller und Anbieter? Das ist zum einen das Unternehmen Sage, SAP, Oracle, Microsoft und Info. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video das Thema ERP-Software näher bringen. Falls ihr Fragen nutzt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich. Tschüss, danke und bis bald. Tschüss, danke und bis bald.